Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilmpark Werder. Ressige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobung ermeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vor dem Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer vielleicht Handelt ist ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, unsen! Leonardo Vieni che ho già pronto lo scavello. L'ho allucidato pervene. E voi a casa mettete like al video. Commentate qua sotto se siete felici, arrabbiati del ritorno di Leonardo. E seguite gli autogol su YouTube. Diamo una bella politina allo scavello. A...